Frieden, Feiern und Wählen machen mein Leben reicher. Herzlich willkommen bei Angedacht mit Rüdiger Penzek. Entschleunigen, Glauben, Reden, Leben. Jetzt am Sonntag, den 26.05. haben wir hier bei uns an der Apostelkirche in Wesseling unser Sommerfest unter dem Motto Frieden macht mein Leben reicher. Und es geht um das Thema Frieden und den wollen wir feiern. Und es ist Europawahl an diesem Tag. Und heute erreichte mich per WhatsApp ein kleines Liedchen, was ich ziemlich gut fand und was ich deswegen mal einfach singen möchte. Dass wir hier in Frieden leben, schon seit über 70 Jahren, ist auf unserem Kontinent vor uns noch keinem widerfahren. Diesen Zustand zu gefährden, wäre töricht und fatal. Geht darum auf alle Bälle sonntags zur Europawahl. Dem mag ich nicht so richtig viel hinzuzufügen, außer einem Wort von Jesus. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Und am Sonntag, wie gesagt, um 11 Uhr hier in der Apostelkirche am Mühlenweg in Wesseling feiern wir unseren Sommerfest-Gottesdienst unter dem Thema Was mein Leben reicher macht. Und dazu laden wir sie herzlich rein. Ein und nach dem Gottesdienst geht es dann natürlich weiter rund um die Kirche. Es gibt viel Musik und Spiele und Tanzen und Essen und Trinken und vieles mehr. Komm, Sie haben so eine gute Zeit mit uns. Und vergesst Sie nicht, wählen zu gehen. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Das war angedacht mit RIP, was dein Leben reicher macht. Auf bald.